so liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play pokemon schwert und ja zu pokémon schild natürlich ja wir sind im freestyle heute wieder und ja mal gucken wir haben ja eigentlich offiziell alles abgeschlossen ich gucke nur gerade ob ich besuch habe weil eigentlich würde jetzt ich würde ich jetzt gerne das nächste teil den nächsten teilen wie ihr seht habe ich hab doch das hat sich dann am ende noch auf screen gefangen so wie ich es auch mit zu tun eigentlich gemacht habe aber ja irgendwie krieg ich gerade momentan die ganzen lege ist nur auf screen das ist nicht nervig kann ich habe versucht jetzt beim folgen aber irgendwie wollte ich das nicht so wie gesagt wir sind in freestyle zu gast wieder und ich suche eigentlich eine bestimmte person aber diese eine person möchte gerade nicht von uns entdeckt werden da ist ein kleiner weg aber kriege ich das denn aktiviert wir sind im freestyle das ist klar aber die frage ist wie kriegt das den teil jetzt aktiviert der ich jetzt eigentlich als nächstes machen wollte warum auch immer du jetzt nicht viel nervig doch nicht wie gerade ausgeht und du gehst das passiert mit dann nach links oder wie den bürgermeister der möchte gerade nicht mit uns sprechen warum auch immer aber muss ich denn da hin ja ok alles gut alles gut alles gut wenn wir die großwurzel hier noch mit oder bist du hier oben irgendwo drin ok ich dachte mir jetzt eigentlich müsste es aktiviert bekommen aber haben ja eigentlich habe alle eigentlich alles erledigt dann haben eigentlich alles erledigt ne an anderen teilen in der an an ich gucke mal was in deinem in der drin ist ach das ist nichts eine bezebubel oder wie das heißt daher nichts wichtiges das ist ganz doof ja eigentlich müsste ich jetzt dann hier treffen aber die uns das nächste äh den nächsten teil äh zeigt aber irgendwie sicher dass das freestale ist laut dem oder was das rostfeld nennen ich geh mal kurz als schlitterfeld zurück vielleicht kriegen wir da irgendwie ein bisschen glück da ist ja das Mist ich gucke mal gerade ob wir da irgendwie noch was haben was uns vielleicht verborgen geblieben ist das war dann nochmal mit irgendwelchen leuten quatsch äh ich hab das äh ich hab das äh ich hab das was für eine legendäre notiz willst du mich verarschen gerade warte mal kuronospa ja was für eine legendäre notiz was für äh warte mal 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 Gerade auf dem Schlauch, wie sie weitergehen könnte. Wir kennen Notiz 1, okay. Ja, X, das ist mir schon klar. Aber schauen wir, kommen wir da weiter. Moment, das habe ich jetzt gerade einfach komplett übersehen. Weil sie soll ja oben über dem Nest sein. Die Frage ist, komme ich da hoch? Kann ich da hoch so weit hoch, oder? So, wir sind jetzt wieder offiziell und freestellt. Aber ist da jetzt irgendwas, was uns jetzt so ein bisschen helfen könnte? Oder was? Sorry, ich bin jetzt gerade komplett... Komplett out of order, was sowas betrifft. Hm. Ich gucke mal, ob ich zum Baum nichts Lebenshoch kann, weil theoretisch... Ich gucke mal, ob ich da irgendwie hoch bin, oder nicht? Kommt es zu mir? Das muss ja hier oben sein, theoretisch dann, ne? Ja, gezeigt haben wir das ja... Ich... Äh, Küchsteinpflanz habe ich halt nicht. Hm. Hier haben wir ja Corona-Nospa gefangen. Das ist mir schon klar. Aber... Aber... Hm. Ich habe keine Ahnung. Sorry. Das... Ärgert mich gerade so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich was falsch... Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das ist mir. Ich weiß nicht, wie es... Eine Frage ist... Das ist mir interessant. Das ist mir... Ja. Nein. Aber... Wie gesagt, keine Ahnung... Ich komme gerade so ein bisschen, stehe ich mir noch ein Schlauch. so ja ich mache mir die teils bitte so jetzt gucken wir mal ob wir noch was interessantes finden ja aber noch mal was finden die pognitox multipod oder pelippa dann nehme ich mir die pognitox bitte wenn das pelippa, wenn das quater mag und du das multipod okay gucken wir mal was wir jetzt haben arktus ich habe ein gift pokémon dann gehe ich auf garer pflanze das ist ein gewalt das könnte ein gewaltdruck sein ja, ist es auch, das sah schon auf den ersten Blick so aus okay, gucken wir mal, das war uns das gewaltdruck versuchen zu schnappen ja, sorry, dass das jetzt mal ein bisschen low gerade am Anfang jetzt betrifft war giga gestackt naja, okay so, gewaltdruck ist breitseite ein gut umschutz, greif ja, akrobatik hat gut gesessen noch der giga gestackt noch der giga gestackt noch der giga gestackt noch mal ein giga gestackt und pelippa bleibt mit dem rundum schutz das ist gar nicht so dumm eigentlich, was er da macht so kann nämlich nichts passieren und wir können weiter schön angreifen noch mal, ja, sehr gut, akrobatik so dumm sind die ganzen ist die KI diesmal nicht das müsste es gewesen sein gegen Gewaltrohr yes baby da haben wir dieses Gewaltrohr noch mit zu mir da, haben wir das so, Pflanze oder Gestein Wasser, ne, Wasser oder Gestein gut, das kann für uns ein Vorteil sein das müsste ein Branawad sein wenn es richtig im Schirm, auf dem Schirm ab ja da ist mein Bräugenfreund Gewaltrohr na, diesmal spielt man nicht so clever dann kriegst du jetzt erstmal die den Blättersturm ab okay, 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 jetzt kriegst du jetzt gerade was falsches gesagt okay, jetzt ist das Holz weg ja, weil noch einer hinterher ich würde sagen, dass er okay ist ich kann noch besser, wenn wir die Hüge noch ein bisschen überwinden Gott, die Pod geht auf Giga-Sauka, jawoll das ist gar nicht so tot, Alter man kriegt jetzt nochmal einen drauf so, wir gehen auf deinen Angriff und haut uns mal das Pilipper an das ist so gut das ist okay weil das ist so doof wir machen gerade mit den Pflanzsäulen dann noch den Rest und holen uns dieses Braten und Alter ich kann das was nicht behalten können das wäre cool also wir verbraten schon unsere Bälle und alles rum und dran und dann werden wir so nicht behalten ich hoffe, dass wir diesmal noch in die Hüge gefangen bekommen in diesem Deiner Riesen, ne weil du musst du nicht tun, dass das Zopf das habe ich hier nicht fangen können also ich bin nicht vor euch ich habe sie dann jetzt endlich in den zweiten Hüge gefangen ich habe das sogar dritten Versuch erst, aber brauchen wir nicht so, der geht auf mir jetzt holt sich das Dings und wir bleiben auf Wasser so, und damit haben wir die KP wieder hergestellt das nächste Pokémon was uns jetzt ins Hause stehen wird ist das gut, ey äh, dürft ihr jetzt ach Quatsch ich komme da nicht ich bekomme ich den Namen auch wir sind so recht so gut, dann gehen wir nochmal auf Blätterstorm und es zieht mehr als die Hälfte der KP weg oh, einmal ist verwirrt und der Gigasorger macht fast den Rest ich bin jetzt zwei mal ein bisschen vielleicht mit dir ja, das war schon okay ich habe mich wirklich viel machen können dann nehmen wir es mal mit oh, ja, es ist ja, es ist, äh, nicht aufnehmen ich brauche es nicht jetzt sind sie sich mit ja, und dann hoffe wir mal, dass wir jetzt ein bisschen Glück haben und uns dieses Arctus schnappen können es müsste Arctus sein okay, dann habe ich mich dann weiter vorwärtsabt aber dann haben wir jetzt Kyurem als nächstes Kyurem werde ich es mir wahrscheinlich sogar mitnehmen so, dann kriegst du jetzt mal die Vollbreitseite ab das wird auf jeden Fall gewaltig oder das auch ein bisschen schieflich werden weil gewaltig eben vom Tick Fazio ist und Kyurem vom Tick Eis Drache so, dann können wir nicht viel machen also nur auf die rein auf die Drachenattache wir müssen gucken, ob das die, welche Drache, Kampf müsste alles in die Kies sein wenn er noch ein bisschen lose wird Weimar Ausdauerernst So, ich gehe jetzt mal auf deiner Wörm also nicht wie Drachenattache und dann noch mal ein Volltreffer okay ja, wir sind ja, Schallwelle Mortipod, kannst du überleben Kyurem ist sicher oder definitiv nicht ein bisschen schock ein bisschen, ja ja, gut, wir müssen es weitermachen mit der Breitseite die Anträge, die uns mitsehen helfen könnte weitergezinkt seinen Angriff die sind aber das kann nicht so doof ist ja, weiter mit dem Felsgrad sehr schön knall die Initiative runter mein Freund, komm Jugo schocken noch nicht einmal wieder aufs Pumpfeder keine dicke Weimar wir müssen weiter mit unserem Drachenattache was reißen die Hälfte haben jetzt noch drei Runden durch weiter sein eigentlich, der gesunken ist vielleicht noch mal die Vöcke von den anderen dabei, aber so, das wäre doch super ich bin eigentlich auch stärker, also das ist schon natürlich alles andere als gut ja, natürlich, du gehst erstmal auf mich, nur damit ich meine, meine, meine Dings im Paralysen, ja, ja, das ist gar nicht so ein bisschen weiter drauf gehen auch ernsthaft jetzt ja, das hätte man noch ändern können, indem man sagt, man nimmt einfach alles an so, da gehe ich jetzt mit weiter drauf mit der Breitseite und, äh, das vor allem, man geht auf Ausdauer, also vor allem, die Initiative hat sich schon einiges gesunken das heißt, wir haben noch eine Runde das heißt, wir haben noch eine Runde das trifft ja mal gar nichts warum eigentlich immer auf mich, du Idiot damit war's das ah, fuck you, ey, das kann auch nicht sein, dass ich den schon wiedergeben damit gilt ja mit der Eiszeit-Freunde, das wird im Team raus was? jetzt geht's alle, jetzt geht's alle ein paar an so, und jetzt geht's einmal nur down was willst du warten, was willst du? was willst du? was willst du? was willst du? was willst du denn da noch oder so? das ist Feierabend ich krieg diese scheiß nicht auf dem sein alles da sind wir jedes mal noch am ende mit Medusa noch weg sterben ah, ich behalte dafür von Gewaltdruck Oh nein, ich möchte keinen Geweide. Habe ich einen Platz mit dem Türen? Oh, steil das raus. Jo. Ja. Na ja, dafür... Ja, bitte. So, okay. Dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns ja in der nächsten Folge wieder. Und dann versuchen wir es nochmal mit Jurem. So, liebe Leute, weiter geht es mit Pokémon schwer. Und wir machen heute weiter. Wir versuchen es nochmal mit Jurem. Äh, das... Warum auch immer mein... Jetzt gerade ein bisschen mehr geht. Ja, ich möchte... Gut, dann versuchen wir es nochmal im Deinernest. Klar, das sind das jetzt die letzten Folgen immer so gewesen. Aber schauen wir mal. So, was haben wir denn hier überhaupt für schöne Pokémon? Ja, das macht natürlich am meisten Sinn, gegen den Eis-Pokémon anzutreten. Nee, Megalon, Relikant, Tangela. Warum muss ich immer als erstes sagen? Wir nehmen mal Megalon. Ja, weißt du, dann kommt du, Kless. Ernsthaft? Ihr habt natürlich alle sehr gut getroffen. Mit einem Eis-Pokémon, mit zwei Flug-Pokémon und einem 314-Pokémon gegen... Am Ende final ist es Eis-Pokémon anzutreten. Das macht natürlich am meisten Sinn. Na gut, okay. Wir haben es sich auch auf jeden Fall erstes ausgewählt. Das heißt, wir haben... Das geht jetzt schon schief. Wir müssen... Es ist wahrscheinlich Siberio. Ach, das geht schon wieder so gut los heute. Das war so gut wie passt. Oder dass das Q-Pokémon, das war nicht gewohnt. Das muss ich nicht gewohnt haben. Dann habe ich ein gutes Eis-Pokémon zu ziehen. Also, wo das... ...lebi-Eis-Pokémon. Ich habe es verstanden. So, okay. Dann gehen wir auf jeden Fall auf den... ...die einzige sinnvolle... ...meiner Meinung nach sinnvolle Varianten... ...die Stein-Attack. Das ist ein Eis-Pokémon. Macht das sicher neu zu sehen. Ich hoffe, dass ich danach nicht mehr drauf habe. Ich bekomme. Oh, gut. Eine Stahl-Attacke? Also, das ist auch nicht so. Nocturk geht auf Reflektor, gegen Spezialattakten, äh, Riesischattakten. Und Tangela geht erstmal auf die Paralyse. Und wir gehen natürlich auf die Gesteizattakten. Was natürlich nicht doof ist. Ja gut, ist klar. Der Sandsturm, der macht es natürlich alles einmal als einfacher als Belaga, die du kriegen kannst. Okay. Ich nehme jetzt erstmal das, der Sandsturm weg. Tu Himmelsjäger. Okay. Der braucht erstmal noch ein bisschen geladen. Blattgeisel von Tangela. Wir bleiben weiterhin auf dem Dynard Rock, weil wir dann mal mit meiner Meinung nach nichts anlaufen. Wenn wir uns auch an, dass Paralyse ist, dann haben wir das erste Pokémon schon mal überstanden. Reises, wo denn? Ich will volltreten, klar. Ja, das sieht nachdem ein bisschen süß aus. Dann kommen wir gehen auf deine Gemüse, dann haben wir das zumindest das Thema. Falls er nochmal auf Dings geht, der Regentans geht, ja. Gehen wir da definitiv nochmal hin. So. So, Noctical Chemistry. Was findet ihr? Jetzt zieht man so wie gar nichts ab. Komm. So, wenn wir dann der Kinege, das ist ein Step-Bonus drauf, das heißt, der hier geht in Baden. Ich werde es mir auf dem Fall auch da mitten hin. Aber natürlich, wenn ich mir mache, dass ich mir am meisten Sinn, Notalität anzuzug. Äh, gegen Kiro-Notalität. Äh. Ja, wie auch noch. Ich bin nicht ganz wahr. Tut mir leid, ist es morgens um neun? Ich bin neun, jetzt ist es alleine. So, okay. Naja, jetzt haben wir dieses Sibirium mal gefangen. Und wir nehmen uns das Team. So, wir haben ein Eis-Pokémon dabei. Das nächste wäre, äh, nochmal Gesteits-Pokémon. Doch, das ist, sollte am Anfang sein, das dürfte nie lieb sein. Das wäre die Weiterentwicklung dann, wie lieb. Also sprich, Pflanze, Gestein. Das heißt, mit dem Eis-Pokémon haben wir da auf jeden Fall einen dicken Trug verteilt. Ja, es ist ein... So, auf jeden Fall. Mit dem, mit einer ordentlichen Ladung. Bläser mal... Wie, weil, wenn ich ehrlich bin, das, glaube ich, am meisten Sinn macht. Und Doktor gibt... Oh, man hat gar nicht so schuldig, eigentlich nur noch drauf zu gehen. Ich verkehse ich nicht später, als wäre es. Okay, ein bisschen mehr... Inthusiasmus, liebes Sibirium. So, vielleicht ist auch eine Body Press gleich wieder, ja? Ja, gut. Gut, gut. Ich kann gut. Ich sehe auch schon nicht. Ja, du hast... Stopp, du hast doch... Neutralität, Body Press auf die halbe Leben nur noch. Und solange das Viech schlägt, ist mir das auch jetzt nicht egal. Es ist das aller... Das ist lo, da ist eines... Oder eins Moment... fallst zusammen. Mal... Und du hast. Ja, das war's, wenn du hast... Ich kann das nicht mehr... Ich kann das nur, ich kann da nicht mehr... Ich kann sehr leid. Einfach! Mein finishing LoELL haben, Wann ist ja... Vielen Dank.